So, weil diese beiden netten Herren noch Kontrahenten brauchen, sehen wir als nächstes an diesem Mikrofon Klara. So viel Mann, jetzt bin ich mal wieder dran. Oh, es hat sich sogar gereimt. Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, ich mache den Text, den ich vorhin eigentlich machen wollte, aber dann habe ich gemerkt, dass ich im Finale die letzte Frau unter den Männern bin, und zwar auch noch unter den Jan-Männern. Deshalb muss ich leider einen Text machen, tut mir leid, Jungs, der schon wieder von Männern handelt. Vielleicht kommt auch Alkohol drin vor, schon wieder. Jetzt habt keinen falschen Eindruck von mir, bitte. Der Text heißt, was reimt sich bloß auf Boden? Ich fange einfach mal an. Wenn mir das Glas... Das hat gepasst. Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Super. Für die Effekte gebe ich ihm Geld nachher. Also ich fange nochmal an. Wenn mir das Glas so runterfällt, laut und schnell zerschellt auf den Fliesen meiner Küche, das Bier sich mischt, seine Gerüche sich langsam aber stark verbreiten, dann stehe ich da, schau hin, ohne zu vermeiden, dass was zu Bruch geht. Scherben fliegen. Könnt mich noch flugs verbiegen, mich schmeißen zwischen Tisch und Boden, könnt... Scheiße, was reimt sich jetzt auf Boden? Hie, ha, Hoden. Tja, hätte ich die, dann hätte ich kein Glas genommen, sondern eine Flasche. Dann wäre hier nichts geronnen, kein Bier in meinen Fugen. Die Flasche hätte standgehalten, würde nicht, wie dieses Glas mit Glas Applikationstierde falten, in hundert Stücke aufspringen und ließe jetzt das Bier so rinnen, dass ich mich fragen muss, was tue ich zuerst? Gebe ich erst mal mir einen Kuss, dass das meine Probleme sind? Kaputtes Glas, ich armes Kind? Oder wische ich erst mal flott zu allererstes Bier mal fort? Doch dann könnte ich mich schneiden, das sollte ich vielleicht vermeiden. Also erst die Scherben weg. Gemischt sind die mit frischstem Dreck. Das Wochenende lässt dir grüßen. Ach, wäre jetzt gerade Samstag und das wünsche ich mir, säß ich so zu deinen Füßen, bräuchte kein Bier, um mich abzulenken von dir und deinem Anruf, der nicht kommt. Mein Plan heute Morgen, Mama, jetzt verwechst, sonst machst du dir noch Sorgen. Bier trinken bis zum Vergessen, bis die Hirnzellen alle gefressen, die du dir so genommen hast und jetzt woanders fett verprasst. Ach genau, da war noch was. Irgendwas fehlt. Mein Herz hast du noch. Seit Samstag laufe ich mit Loch an dieser Stelle rum, wo sonst so easy dumm, die dumm ständig was war. Jetzt machst du dich rar. Ich könnte ja anrufen, aber dann gehst du vielleicht gar nicht dran. Oder eine andere Stimme, ganz hoch und blond, würde sie fragen. Hallo, die Lisa, was soll ich dem Theo sagen? Das könnte ich nicht so gut ertragen. Von mir eine Menge, würde ich rufen. Schwing dich auf deinen hohen Hufen mal ganz schnell weg. Und Theo, hol du aus deinem Herz versteckt, was meinst du? Und dann verreckt, du blöder Arsch. Würde eine andere Stimme erklingen, reif und mütterlich. Dann würde ich schnell ringen nach Luft, um dann zu singen, welch ein Mann er sei. So stark und toll, ganz die Mutter wohl. Noch mehr würde ich versagen, würde jemand sexy sagen. Und auch tief. Hallo hier beim Chief. So würde sie dann raunen. Natürlich würde ich nicht blöd staunen, sondern cool und souverän, wie mich alle immer sehen. Kontern, der Chief of Sexiness oder whatever, ist vielleicht ganz schön, aber clever, sieht für mich ja anders aus. Denn trotz Leben in Saus und Braus, welches ich gut kenne, ich bin ständig aus und auch ziemlich in dazu, aber was wärst du, du blöde Kuh, braucht dieser Mann keine zwei Herzen. Und ich neige nicht dazu zu scherzen, wenn es geht um große Schmerzen und das, was meins ist. Das wird hier gerade sehr vermisst, was Theo hat und einfach so behält wie Geld. Wie bestellt, hat er es sich abgeholt am Samstag. Und dazu lief Gold, Digga, von Kanye West. Go ahead, girl, go ahead, get down. Go ahead, girl, go ahead, get down. Digga, da bin ich, down, zwischen Bier und Scherben. Tante Hannas Glas schimpft, ich bin nicht gut im Erben. Jetzt sitze ich hier auf dem Boden und denke mir, hätte ich ein paar Hoden, wäre das alles nicht passiert. Auch mit Hoden hättest du mein Herz gestohlen, ich hätte es dir wahrscheinlich nicht empfohlen, aber doch, davon gehe ich aus. Doch dieses Bier hätte ich aus der Flasche rausgetrunken und müsste jetzt nicht völlig versunken. Meine Küchenfliesen befreien von Scherben vermischt mit Dreck, der mich denken lässt, verreck, du blöder Arsch. Oder ruf halt einfach an, vielleicht gehe ich sogar dran. Ohne mir den Kopf zu brechen, würde ich dann mit dir sprechen. Scherben wären mir egal, klar, ich könnte mich schneiden, das sollte ich vielleicht vermeiden. Doch ich würde ja bloß toten, vollkommen falsch, ich würde ja bloß bluten. Hauptsache, ich höre nicht dieses Tuten, so am Telefon, das kenne ich schon. Danke. 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 Danke.